Dann gehen wir doch jetzt mal zu einer rührende Burgobelia... ...kuck hier... ...attacke! Guck mal was uns da jetzt erwartet... ...da war ich noch nie... ...also die Stadt hier habe ich schon mal erforscht, aber... ...ab hier war Sense für mich... ...das ist jetzt komplett neu... ...webergeben uns nur in eine Monsterhöhle... ...also sei wachsam... ...wir sollten sicher sein, solange wir einen Monster nach der anderen bekämpfen... ...okay, verstanden... ...nimm dies, es ist eine Allianz... ...was... ...alliazarikugel... ...und ganz so mystische Kütze... ...kütze... ...vielleicht ist der Begriff Zauber geläufiger... ...das ist ein Weg, um mittels seiner Waffe Energie zu kanalisieren... ...mit fantastischen Resultaten... ...häh... ...mit dieser Allianz-Kugel... ...kannst du Zauber durch deine Waffe kanalisieren... ...und du kannst du Gegner mit mystischen Künsten angreifen... ...coool, vielmehr... ...nimm auch diese Karte von der Umgebung hier... ...wenn solltest du für alles gewandert sein... ...nun denn, sollten wir weitergehen... ...ja geil... ...wasch keinen guten Nassauber... ...wenn erhält... ...wenn ich so die Karte anzuzeigen... ...äh... ...was ist X... ...die Viererke... ...geleucht... ...ja, das war schon recht... ...groß, oder? Naja, ich sollte eher sagen, recht klein... ...oder dann... ...zumis... ...erste Y-Gruppenmenü... ...ich habe 438 LP... ...mein anderer Frosch da hat 526... ...gut... ...dann habe ich mir ein paar Wegbrach-Infos... ...schauen wir uns warum bis in den Dungeon... ...denn... ...ich habe ich leider nicht... ...so ging das genau... ...ja, zwei drinnen... ...oder... ...err... ...err... ...ich... ...ich... ...a... ...gut... ...ist demn... ...joooxi... ...le messe, ... reiter... ...nale schon rechtzeitig... Haha, ich brauche eigentlich so warm Das ist dann eine Landkomponente hier Oh, Komponente Ach, Brutkomponente Ich weiß noch, was ich sonst noch alles machen kann Ich vermisse schon alles, was hier ist So, kann man auch ein Gegner? Nö, also wer soll Weil ich hab's auch aus Final Fantasy gelernt von alleine Wenn man nicht alles besiegt, dann kommt man nur noch schwer voran an dem Spiel Zumindest was so Final Fantasy XII anging Sie haben ja schon so eine Open World Komponente war Das ist zwar jetzt kein Final Fantasy, aber ist so ähnlich Da kostet keine Ahnung Oh Ja, langweilig Oder sofort Brut Ach, hier ist wieder so ein Schitzkistchen Kistchen Keilblatt um Rücken des Krauts, warum steht da irgendwie wieviel das heilt? Aber egal Aber hab ich mir eigentlich noch welches für ihr gekauft, wenn ich ja so viel finde Scheiße, verfehlt Gegen einem Portal Das können weh tun Das können weh tun Hehehe Gut Ist meine Energie eigentlich voll jetzt? Oder muss ich... Oder doch mal eben... Irgendwann ne... Irgendwann ne... Ich weiß gar nicht in welchem Final Fantasy Teil das war Aber wenn man ausgekommt ist, ist die Energie auch nicht mehr voll geworden Sondern man muss in sich außerhalb des Kampfes heilen Das war sogar Final Fantasy XII Prost Jetzt hab ich nicht... Du riffle auf Mainau Seite Oh das ist gut A��school Fällig! Auch welche? Ups, wieder ein Eben. Ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Boah, das ist ja nicht zu viel. Ich fang da ab, schau dich ja nicht zu. Du hast ja einen Motor gefahren. Achso, das kann ich verkaufen. Achso, das kann ich verkaufen. Nö, ich wollte noch nichts erlegen. Ich verkauf die vielleicht für gut Geld. Aber ich dachte, ich kann ihn hier so einsetzen. Da gibt es auch mal einen Spielfall. Was ist das? Versuchen. Und der andere ist gebunden. Okay, dann suchen wir mal einen Schlüssel. Scheiße, das war der hässliche Viecher. Geht ihr vielleicht von der Seite überraschen? Um! Zwei Worten sind das. Kein Problem. Prober, noch nicht zu Ende... Wie ist das, oder? Wir haben keine Angst, oder? Lassen Sie sich dann? Ich weiß nicht, was das war. Ich weiß nicht, was ich da drin habe. Ich weiß nicht, was ich da drin habe. Ich bin gar nicht eingestellt. Scheiße... Komm, wir geben alles... Was ist das da eigentlich für ein Krieg? Noch eigentlich nur 2 Leute in der Gruppe... Hm, muss ich nicht ganz verstehen, oder? Ja... Ich gehe auf die See... Eine Truppe von Pargos... Die beiden... Ist meine Kampagne? Was sind die Truppe? Hm... Klo... Pargos... Achso, Pargos... Aber ich habe... Jetzt habe ich es verstanden... Kann ich speichern, steht hier... Speichern... Da kann ich eigentlich meinen alten mal eben... Überschreiben... Boah, am 16.07.2013 habe ich das Gezeugt zu Recht... Hahaha... Komm, wir überschreiben... Zack... Jetzt kommt Schluss... Aber ich kann glaube ich immer noch nicht rum, oder? Jetzt komme ich da nicht rein... Dann komme ich eh wahrscheinlich durch... Schauen wir doch mal... Hier ist der Schatzkiste... Hier ist bestimmt der Schlüssel drin... Mörderstein... Probieren wir nochmal was... Mal gucken, ob es funktioniert... Au... Klar doch... Das Segel wurde gebrochen... Total... G crec... Angriffen für mystische Klitschen... Genau... Und noch einmal... Aber dann geht es sofort... Zu langsam... Nur ge trinken wir... Zu langsam, du... Und was kann man mitmachen? Das Kipa ist noch hier drüüüü! Ja, wir haben mehr gewonnen! Das ist denn auch relativ einfach hier. Ich bin ein paar Kölfer gekommen Ich bin ein paar Kölfer gekommen Ich bin ein paar Kölfer gekommen Ich bin schon mal geil, ich kann mir etwas neues Klassen Warum? Auf dem Bein, was ist das denn? Gehen kann man nicht helfen? Juhu! Nee, das war's schon Intellekt ist gestiegen Jetzt komme ich das Level zu stemmen, aber Fast schon Ich bin schon mal am Level gestiegen Ich bin schon mal am Level gestiegen Warte jetzt gar nicht Hm? Was war noch? Was war noch? Wo sehe ich denn mein Level? Ich habe hier sogenannte Erkenntnis Auch nicht schlecht Hier geht es, da sei es Kann ich hier in die Poolstücke auch rein? Ah, kann ich nicht Wird wahrscheinlich hier rein müssen Oder hier rauf müssen Klack 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 Ja, aber nee Du... Korin, der Burg, der Zentrale Zitadelle Guck mal Guck mal Rechts oder links Ich muss mal auf dem Stimme Richie... Wald Kann ich vielleicht benutzen? Ach du scheiße Was ich doch hier Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir was bringe, aber... Versuch's Ey, war so riesig, wir sind sofort gestorben Was ist das denn? Hm, ist das noch einer? Ja, ist das noch einer BAM! Verraschend Oh, mal bleib auf dem Ball, dass noch nicht was ist Ops, waren wir da zu langsamer Hohoho Ich hab's noch eingeladen, ich hab's noch eingeladen Ich hab ein bisschen mehr da gefangen Oh, ich hab ja mehr Menschen gekriegt, ne Äh, Inventar Accessoires Kann ich damit machen? Ausrüsten Was erwartet mich jetzt? Hm 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 Und jetzt wird es nicht so gut sein. Aber in der nächsten Zeit, wird es sicherlich ein Wunder geben. Der Herr ist ein Wunder, der Meer ist ein Wunder. Und der Erde wird geschlossert. Man ist ein Mensch. Man muss es nicht wirklich leben. Man muss es nicht einfach sein. Man muss es nicht einfach sein. Man muss es nicht einfach sein. Das ist das! 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 Lass mich doch in Ruhe! Lass dich doch in Ruhe! Ja, hat man behauptet, dass das notwendig ist. Was ist das für ein Ding? Teleporter? Machen wir das doch mal eben... Und schon haben wir den... Durchgeprügelt Ja gut, dann geben wir gleich nochmal da rein. Gucken du, dass... Und das der Labyrinth ... ... ... ... ... ... ...